So, da bin ich auch schon wieder zurück und wie ihr seht, ich habe schon die zweite Variante von Agent Jones freigeschaltet. Wenn ihr wissen wollt, wie es geht, bleibt einfach kurz dran. Kurz was in eigener Sache, ihr wisst ja, wenn ich euch weiterhelfen konnte, gerne ein Like da lassen. Wenn ihr Bock habt auf Custom Games oder wir sollen zusammen leveln, dann gerne ein Abo da lassen. Aber jetzt soll es natürlich um den Skin gehen. Wir bekommen ja am Anfang genau die Variante. Die Variante müssen wir uns freischalten. Was müssen wir dafür tun? Ganz einfach, wir müssen im Battle Pass erst einmal Level 14 werden. Mindestens Level 14. Dann bekommen wir einen Auftrag. Ihr seht schon, ich schließe Aufträge ab, um Schnappschüsse von Agent Jones Mission zur Rettung der Realität freizuschalten. Ich habe euch oben rechts jetzt ein Video verlinkt. Und wenn ihr euch das anguckt, dann wisst ihr auch, was ihr machen müsst. Das ist nämlich das mit der Anomalie. Also in dem Sinne, nur ein kleines Infovideo. Wenn ihr den Skin haben wollt, beziehungsweise die Variante, dann halt wie gesagt Level 14 sein. Und logischerweise dann auch die Mission machen. Die anderen Varianten werde ich euch natürlich auch noch freischalten, beziehungsweise euch zeigen, was ihr machen müsst. Und in dem Sinne würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Gerne auch meinen Creator Code eintragen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein.